Hallihallo, wie geht's denn so? Ich bin's wieder, der Rivale, diesmal aber ohne den Pumpernickel, weil ich, wie sagt nun so, also ich vor allem, solange ich das Tutorial spiele, macht es glaube ich wenig Sinn, wenn wir uns schon irgendwie unterhalten. Daher, ja, ich habe das Spiel nur gestartet, die Systemanforderungen habe ich etwas optimiert und jetzt drücke ich auf fortfahren, so, Moosfrucht, eine kleine Moosfrucht, versteckt, vorübergehende Blutungsgift, Kälte und Fluchresistenz. Moosfrüchte vereinigen die Effekte von Mooskruppen in jeder Farbe. Was zum Teufel? Oh nein, das ist ja noch schrecklicher. Oh nein, ich gehe besser. Oh nein, du bist nicht, du bist nicht, du bist nicht, du bist nie. Cool, ich gehe besser? ah jetzt jetzt hat er sich eingegriffen okay so also ja tutorial ohne ihn ich alleine ja und ich muss mich erst mal hier an die ganze steuerung gefühlen und mannungen links klick ich fand hier sehr viel ausdauer ich kann blocken okay das ist schon mal gut ja wie ich sehe ist das hier mein graf wo ich bin weiß ich nicht mehr ich bin scheinbar irgendein ritter der gestorben ist aus der schöpfung was sind eigentlich meine einstellungen meine tastatureinstellungen tastbelegungen meine eingriff rechte hand nein bitte nicht bitte rechts klick okay das bleibt aber gleich okay nein warum willkommen entschuldigt bitte hallo ich bin's wieder diesmal ist die grafik aber ganz runter ganz gleich von anfang an ich weiß nicht was los war warum wieso weshalb aber ich hoffe jetzt geht das einigermaßen so ich hoffe jetzt aber das einigermaßen besser sein ja hoffentlich okay okay rollen verbraucht ausdauer und okay ja schönes plätzchen haben hat man uns hier ausgesucht was gibt es hier regulärer angriff ich glaube damit ist ja die linke maustasse gemeint schwere angriff muss ich alles wirklich separat nachschauen schwere angriff schwere angriff um schalten links klick warte da hat mit die sachen hier nicht gespeichert ja das ist jemand du 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 jetzt hat er aber gespeichert oder bitte gut dann eben nicht wow ist das langsam ok bist du lieb bist du böse ich weiß zufällig dass das hier maus hat ist das verbaut ja ausdauer wenn man block das ist das ging auch schnell das ist ja voll einfach ist da was ich muss da weiter schritt zurück rolle das verbrachte voll bin ich ausdauer ok aber ich krieg voll auf die presse regeneriere ich passiv ich hoffe ich hoffe mal tassen belegung was gibt es denn hier noch ich frage mich ob man irgendwie parieren kann und wenn ja wie das genau geht nein warum warum was soll das heißen die bildfrequenz ist ungeeignet warum denn warum denn wenn wirklich warum ja irgendwie eingeschränkt die fps bei mir hier oder so oder da oder wo man ich glaube ich melde mich mal dann weiter wenn ich weiß was abgeht oder oder ach mal schauen will ja bis gleich